So, das wird jetzt nicht einfach, weil ich mir gar keine Notizen gemacht habe. Normalerweise habe ich immer so ein Skript und lese das dann möglichst frei vor. Hier habe ich mir aber nur so ein paar Stichwörter aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Das ist Wahnsinn, oder? Wenn ein YouTuber heutzutage so ein Video hochlädt, das schwarz-weiß anfängt, dann denkt man immer sofort, oh, er will seinen Kanal löschen, er nimmt ein Album auf, er kündigt seinen Vertrag. Aber all das ist gar nicht der Fall. Ich bin wahnsinnig zufrieden. Und trotzdem mache ich mal ein kurzes Update-Video. Denn es ist inzwischen ja Tradition, dass ich alle halbe Jahre mal mich melde mit einem kleinen Quartalsbericht. Mal ganz ernsthaft, außer wenn mein rechter Zeigezieh sich bewegt, dann ist ironisch gemeint. Und euch einfach mal sagt, was Sache ist. Also ich bin ja kein Aktienunternehmen, ich muss das gar nicht machen, aber ich bin trotzdem sehr, sehr gut. Darum mache ich das trotzdem. Also wo steht der Kanal jetzt momentan? Es ist immer noch so. Ich habe wahnsinnig viel ausprobiert. Daily Knödel ist, glaube ich, kann man, glaube ich, in einem Satz beschreiben mit den Worten, 10.000 Wege nicht berühmt zu werden. Und das ist cool, weil das macht ja kein anderer. Ich würde sogar sagen, ich habe der Web-Videoszene mehr genutzt als alle anderen zusammen. Ich habe alle Wege gesammelt, wie es nicht geht. Wenn jemand heutzutage eine neue Idee hat in einer Firma, dann heißt es oft, nee, hat Daily Knödel schon gemacht, kann nicht erfolgreich werden. Oder hat Daily Knödel noch nicht gemacht, wird auf jeden Fall viral. Und ich bilde mir da schon einiges drauf ein. Nee, ist tatsächlich gar nicht schlecht, weil mir habe ich die letzten Monate und Wochen gemerkt, durch diese relativ geringe Reichweite, die ich im Vergleich immer noch habe, aber sehr, sehr sicher sein kann, dass ich die Projekte, die ich jetzt mache und noch machen werde, die alle so anstehen, nicht nur mache, weil ich viel Reichweite mitbringe, sondern da muss halt irgendwie auch ein bisschen Vertrauen in mein Können drin sein oder irgendwie so. Also wie ist jetzt meine persönliche Situation? Ich habe es ja schon erzählt, ich habe Abitur gemacht vor einem Jahr und dann viel Zeit gehabt. Mach momentan bei der Wochenwebshow was, mach bei Massengeschmack was, mach bei Bremen 4 was, mach auf diesem YouTube-Kanal was, mach, mach, mach und es wird einfach nicht weniger. Und das ist wunderschön, denn ich habe durch diese ganzen verschiedenen Perspektiven, Studium ist auch immer noch einer davon, ihr neurotischen Sicherheitsfanatiker unter euch, habe ich so viele Möglichkeiten, meine Ideen umzusetzen, auf so viele verschiedene Art und Weisen und das ermöglicht es mir wiederum, mich auf diesem Kanal mehr zu fokussieren, auf so ein paar Formate, auf so ein paar Ideen und Projekte. Denn es ist ja so, seien wir ehrlich, jede Woche ein anderes Video, macht Spaß, ist abwechslungsreich, ist cool, aber die Leute kommen damit nicht klar, die abonnieren vielleicht mal wegen Emotionen erklärt, was ich vor einem halben Jahr oder so gemacht habe und dann kommt das irgendwann nicht mehr und die gucken sich den ganzen neuen Shit nicht an. Das ist eine Binsenweisheit, dass man eigentlich ein Format haben muss, um so ein bisschen zahlenmäßig auch abzugehen, irgendwas, wo die Leute wissen, was sie erwartet. Dagegen habe ich mich aber lange gewehrt, denn ich finde, finde ich auch immer noch, Formate sind oft Ausdruck von Unkreativität. Sicher, es fordert so ein bisschen Kreativität, so ein Format zu entwickeln, ja, bloß dann fordert es nicht mehr so viel Kreativität, das zu füllen, was nicht schlimm ist. Es fordert halt, umso mehr Handwerk, das zu füllen. Das sind andere Anforderungen, auf die ich aber lange einfach keinen Bock hatte. Ich wollte jede Woche was Neues machen, jede Woche überraschen, jede Woche mit einer neuen Videoidee überraschen und das ist natürlich sehr zeitaufwendig und nimmt nicht immer alle Zuschauer mit, die man so über die Jahre gewonnen hat. Jetzt ist es aber so, dass ich alle neuen Videoideen, die ich habe, erstmal behalten kann, umsetzen kann, ein bisschen ausarbeiten kann, anpassen kann, vielleicht im Radio ausarbeiten kann, vielleicht in eine Wochen-Webshow-Moderation, in einen Netzprediger-Beitrag stecken kann und mich auf dem Kanal dann doch so ein bisschen mehr in Formate zwängen kann. So ist der Plan. Vielleicht klappt es auch nicht so wirklich. Aber ich habe es die letzten Wochen und Monate, seit Jahresanfang, einfach mal schon in die Richtung probiert. Wenn ihr nicht blöd seid, werdet ihr das ja wahrscheinlich gemerkt haben. Kleiner Tipp an die YouTuber übrigens, es ist immer einfacher, wenn man neue Sachen erst ausprobiert und dann drüber spricht, als wenn man sie lange, lange ankündigt und dann verkackt. Das ist auch eine schöne Lebensweisheit irgendwie. Und klar, dieses Format, was ich da ausprobiert habe, logisch, ist der Epilog. Das offizielle Ende der Woche kam, die letzten, seit Jahresanfang eigentlich relativ zuverlässig, bis auf einen Ausfall, jeden Sonntag und ist jetzt mit dieser Woche bei Folge 15 irgendwann angelangt. Kurz zur Entstehungsgeschichte von dem Ganzen. Ich habe diesen Gedanken, ein Format zu entwickeln, was man dann auch wöchentlich durchzieht, wofür man auch vielleicht irgendwann mal ein bisschen bekannter ist, schon lange mit mir rumgetragen, seit ich halt gemerkt habe, hui, jetzt wird es langsam so, dass du Kreativität auch außerhalb von deinem Kanal ausleben kannst, dass du nicht nur YouTube machst, sondern auch viel, viel mehr. Und kurz vor Silvester hatte ich dann kurz Zeit, morgens um vier, weil nichts im Fernsehen lief, habe mich an den Küchentisch gesetzt mit einem Block vor mir und habe gesagt, okay, in einer Stunde steht das Format, was du mal ausprobierst. Dann hatte ich 50 Minuten lang Scheißideen und 10 Minuten lang gute Ideen. Und dabei kam der Epilog raus. Der Epilog, um das jetzt mal genauer zu definieren, was das ist, ist ein modulares Format, also verschiedene Module, Rubriken, die ich mal weglasse, mal wieder reinnehme, random aneinander klatsche, damit das auch ein bisschen überraschend ist und die ich auch auf Facebook, auch als Einzelvideo ausspielen kann, was ja auch immer relevanter wird. Ein modulares Format, was Nachrichten nicht präsentiert. Ich gehe davon aus, dass ihr nicht blöd seid, dass ihr euch die Nachrichten selbst holt, dass ihr Tagesschau guckt, was weiß ich, wo ist mir scheißegal, wo ihr die Nachrichten herholt, sondern dass ihr mit diesen Nachrichten dann weiterarbeitet. Das war der Grundgedanke. Und das Ganze halt so ein bisschen in Parodien auf typische Magazinrubriken. Also Kulturtipp, Kulturwarnung, Hot News, Not News, Breaking News, Breaking Olds, Investigativ, Investiger oberflächlich, irgendwie so war der Gedanke dazu. Sollte man eigentlich selbst drauf kommen. Ich finde es doof, das zu erklären, aber ich bin ein bisschen stolz drauf. Da kann man sich auch mal selbst beweihräuchern. Und was bei dem Format auch so ist, ist es wesentlich mehr ich bezogen. Ich spiele in allen anderen Videos, die ich immer mache, sicherlich irgendwie in gewisser Weise eine Rolle, klar. Im Epilog ist das auch so, aber nicht so verstärkt. Ich sage da erstmal öfter ich. Und es ist alles ein bisschen mehr ich bezogen. Aber auch nicht so, dass es unangenehm ist. Ich finde es auch, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es unangenehm ist, oder? Also ich finde das jetzt schon, die ganze Zeit über mich zu reden, ist schon irgendwie unangenehm. Aber so ist das nun mal auf YouTube und die Statistiken geben mir ja sogar recht, wobei ich mich niemals auf Statistiken berufen würde, wenn ich sinnvoll für Kunst argumentieren wollen würde. Es ist aber so, dass der Epilog genauso viele Aufrufzahlen erzielt, wie die Videos davor. Also kein Abstieg da ist, aber deutlich mehr Kommentare, deutlich mehr Interaktion und sich irgendwie über 15 Folgen, glaube ich, auch eine kleine Art Marke geschaffen hat. Bin ich ein bisschen stolz drauf, weil es auch war gar nicht so forciert. Es hat sich so entwickelt irgendwie. War auch ein Gedanke, das sich erstmal entwickeln zu lassen und dann jetzt Ende April mal drüber zu sprechen. Und was ich am Epilog so gar nicht mag, zugegebenermaßen, ist natürlich, dass es ein festes Format ist. Wobei, wenn ich am Anfang gemerkt hätte, es ist so ein Format, wo am Anfang die Kreativität ist und dann wird da nur Handwerk reingestopft, dann hätte ich das auch irgendwann gelassen. Tatsächlich ist es aber so, dass ich gemerkt habe, dass ich es irgendwie geschafft habe, mich selbst mit jeder Folge ein bisschen zu überraschen, immer was anders zu machen. Was eine grausame Phrase ist, aber halt irgendwie da auch stimmt. Ich versuche jede Folge anders zu gestalten und versuche das so lange zu machen, wie es mir gelingt. Und dieses Modulare bietet natürlich auch die Möglichkeit, es immer zu variieren und es nicht immer gleich aufzubauen. Das ist meine größte Angst, dass ich es immer gleich aufbaue. Dem ist aber momentan noch nicht so. Also wie wird es damit weitergehen? Wie gesagt, ich fühle mich da sehr wohl. Was in Zukunft vielleicht kommt, dass vielleicht mal YouTuber mitmachen. Ich habe da so ein paar Rubrikideen. Einige Rubriken könnten vielleicht auch einfach übernommen werden. Da muss ich nochmal überlegen, was sich da anbietet. Wer auch mitmachen würde. Vielleicht hat auch gar keiner Bock mitzumachen. Ich habe ja auch jetzt zahlenmäßig nicht allzu viel zu bieten. Vielleicht einfach aus ideellen Gründen. Soweit zum Epilog. Behaltet einfach im Kopf. Geht so weiter. Dann haben wir da erklärt für Aliens. Was bei Aliens total gut ankommt. Menschen gucken das auch ganz gerne. Viele Aliens kommentieren da auf jeden Fall. Und das ist es ja irgendwie, was zählt. Werde ich in Zukunft sicherlich auch verstärkt weitermachen. Macht mir Spaß. Ist ein schönes, typisches Vlogging-Format. Auch wenn ich da ein bisschen mehr Rolle spiele als im Epilog. Aber es ist vielleicht eine ganz schöne Abwechslung. Kommt dann, wenn immer mittwochs. Wie gehabt eigentlich. Verändert sich nicht allzu viel. Ich hatte das Gefühl, dass das ganz gut ankommt. Relativ leicht verdaulich ist. Und hier dennoch ganz gut drauf passt. Es gibt auch mehr als genug Stoff. Also es kommen so, so viele Ideen. Ist bloß gerade einfach nicht die Zeit, um vorzuproduzieren. Aber vielleicht, ich hoffe, dass ich das bald wieder in Angriff nehmen kann. Und dann sind da noch so ein paar andere Formate, auf die ich kurz eingehen möchte. Das sind zum einen die voreiligen Nachrufe. Die sind jetzt auch schon knapp ein Jahr alt. Ich finde die Idee auch nach wie vor sehr, sehr schön. Ich fühle mich da auch sehr, sehr wohl, die Texte zu schreiben. Es ist aber so, habe ich festgestellt, dass das für Video nicht geeignet ist. Weil, wenn ich die Texte schreibe, kann ich mir folgen. Mein Gedankengang, wenn ich sie lese, kann ich meinen Gedankengang folgen. Wenn ich das aber vorlese, habe ich die Erfahrung immer wieder gemacht, dass ich dem zwar folgen kann und denke, das ist total gut. Dass es bei vielen aber so ist, dass sie nach zwei Minuten raus sind. Und das ist kein Problem, weil ich ja sehr schnell rede, sehr verschachtelt rede. Und wenn man da versucht, alles zu verstehen, ist man nach zwei Minuten raus. Von daher ist Video da vielleicht nicht die perfekte Art und Weise. Deshalb kommt das erst mal, ja, nicht in die Mottenschuhle, dann würde ich es ja nie wieder rausholen. Aber es kommt erst mal, ähm, im Arbeitsstapel ganz nach unten. Und ich hole es vielleicht nochmal raus, wenn es sich ergibt. Ähm, aber ich versuche mal eine andere Möglichkeit zu finden als Video. Das wäre eigentlich ganz schön. Und dann sind da noch so ein paar ganz, ganz alte Sache. Einige werden sich erinnern an die O-Töne. Dazu, ähm, haben Spaß gemacht. Mach ich bloß gerade so nicht so weiter. Der Epilog geht auch irgendwie ein bisschen in die Richtung. Ähm, aber wer weiß, wenn ihr eine Petition macht, kann ich ja mich sowieso nicht wehren. Äh, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Optimist und Pessimist. Fand ich auch eine schöne Idee immer noch. Ist bloß sehr, sehr viel Aufwand. Habe ich nicht mehr allzu viel Zeit und Lust auch drauf. Ähm, von daher verabschiedet euch von dem Gedanken, dass das in naher Zukunft nochmal kommen wird. Und dann sind da die Fake Ten. Äh, ein Format, was nie wieder angefragt wurde. Oder was mir wahnsinnig Spaß gemacht hat, aber was offenbar keiner so richtig vermisst. Ähm, und was ich auch nicht, nicht unbedingt so als festes Format durchziehen möchte. Weil es, es lebt ja eigentlich nur davon, dass man YouTuber parodiert. Äh, und das ist immer eine Zweitverwertung. Ich möchte eigentlich der sein, der parodiert wird. Äh, wobei ich nicht wüsste, wie das geht. Schwarzes T-Shirt anziehen und, äh, viele Redepausen machen. Kann ja mal einer machen von euch. Der Weg des ganzen Kanals wird also verstärkt in die Richtung Epilog und erklärt für Aliens gehen. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass nicht immer wieder mal andere Videos kommen können. Wie zum Beispiel das Yu-Gi-H-Video. Wie nie wieder Ironie. Wie eine andere Sache, wo ich gerade dran arbeite. Wo ich noch nicht mal sagen wollte, dass ich dran arbeite. Weil ich nicht mehr darüber sagen kann. Und es euch dann voll nerven wird, dass ihr nur wisst, dass ich an einer anderen Sache gerade arbeite. Für den Kanal. Jetzt wisst ihr es. Schade. Wissen kann sehr belastend sein. Was passiert also mit der ganzen anderen Kreativität? Ähm, ich bin nicht unkreativ geworden. Ich hab nach wie vor viele, viele Ideen. Die fließen bloß in viele, viele andere Sachen. In die ganzen anderen Möglichkeiten, wo ich auch noch vertreten bin. Ähm, wenn ihr das alles verfolgen wollt, dann empfehle ich euch. Bleibt bei Twitter, Facebook dabei. Und dann werdet ihr irgendwie das schon mitkriegen. Und dann ist es natürlich, es ist immer so eigentlich, dass man am Ende sagen kann, es steht so viel an. Freut euch auf so viel. Weil immer irgendwas ansteht, worauf man sich freuen sollte. Ähm, und worüber man dann aber nicht mehr sagen kann. Also es ist immer so. Es steht zum Beispiel Weihnachten an und Silvester. Freut euch da drauf. So, ich mach mir jetzt drauf gefasst eigentlich, dass ich irgendwas unverständlich ausgedrückt habe. Und das in den Kommentaren gleich richtigstellen muss. Richtigstellung. Aber, ähm, dann ist das so. Ähm, wenn ihr was falsch verstanden habt und deswegen deabonnieren wollt, dann habt ihr's falsch verstanden. Denkt nochmal drüber nach und deabonniert bloß nicht. Bloß nicht. Ähm, oder sondern kommentiert, beschwert euch, vielleicht mach ich's dann besser. Eine Sache noch. Viele werden sich fragen. Oh Mensch, ein Frühlingsupdate und kein Webvideopreis gejammere, gebettele, ähm, klick, gebettele, ähm, ja. Ist halt einfach noch nicht so weit. Wenn es so weit ist, werde ich im Epilog ewig drauf hinweisen. Der Epilog wird keinen anderen Inhalt haben, als darauf hinzuweisen. Keine Angst. Ihr werdet dem nicht entgehen. Wenn es, sofern es so weit ist. Ähm, vielleicht hab ich letztes Jahr auch einfach Scheißvideos produziert, die nicht nominiert werden. So, ich muss jetzt weg. Ein Video schneiden. Außerdem Sachen schreiben. Ähm, und dann wollte ich schlafen zwischendurch. Aber das fällt wahrscheinlich sowieso flach. Ach ja, eine Sache noch. Der Erfinder hat gesagt, es heißt GIF. Ich habe mich aber davon überzeugen lassen, dass es GIF heißt. Ihr habt gewonnen. Verdammte Drecksäcke. Da sagt noch einer, ich höre nicht auf meine Community. Ähm, oder auf die Leute, die in den Kommentaren sind, einfach viel klüger sind als ich. Sonst würde ich ja was ordentliches lernen. Gute Nacht. Ähm, Donnerstag, Wochenwebschau. Freitag, Netzprediger. Samstag, Fabian hat da mal ne Frage. Sonntag, Epilog. Montag. Alle Bremen 4 hören morgens. Sonst da läuft auch jetzt regelmäßig was. Und Dienstag können wir alle mal kurz durchatmen. Und dann geht's Mittwoch. Scheiße, dann geht's Mittwoch direkt weiter. Ah, so viel Druck.